Ja, herzlichen Dank, Dominik. Gut, dass es auf Video aufgezeichnet wird. Das mit dem Besten, damit es meine Frau auch noch sehen kann. Ja, zuerst einmal ein herzliches Grüezi miteinander. Dominik hat es schon erwähnt, ich möchte mit Ihnen heute über Krebs reden. Ich weiß, Krebs ist so ein Thema. Erst wenn man in Brunnen gefallen ist, beschäftigt man sich eigentlich mit diesem Thema. Und warum eigentlich? Weil die meisten Menschen haben eigentlich Angst vor diesem Thema. Man ist hilflos, wenn es um Krebs geht. Aber ich verspreche Ihnen heute, ich werde Ihnen zumindest einen Teil und ich hoffe einen großen Teil dieser Angst wegnehmen. Weil Krebs ist bei weitem nicht diese schlimme Erkrankung, wie da draußen uns permanent erzählt wird. Bevor ich anfange mit dem Vortrag, ganz kurz. Es ist etwas ganz Wichtiges. Wenn wir über Krebs reden, Krebs ist kein intellektuelles Thema. Krebs ist ein hochemotionales Thema. Weil das Wort Krebs sitzt im gleichen Boot mit Hoffnung, Hoffnungslosigkeit, Schmerz, Tod. Alles ganz, ganz emotionale Themen. Und mir ist es wichtig, dass Sie zuerst einmal verstehen und auch selber fühlen können. Wie fühlt sich eigentlich ein Krebskranker? Ich könnte Ihnen da jetzt eine halbe Stunde drüber erzählen. Aber wissen Sie was? Ich zeige Ihnen mal in zehn Sekunden, wie sich ein Krebskranker fühlt. Darf ich Sie kurz bitten, aufzustehen? Sind Sie so lieb? Danke. Und das Einzige, was Sie tun müssen, um einen Krebskranken zu verstehen, ist Folgendes. Wenn es Ihre Gesundheit erlaubt, versuchen Sie mal auf ein Bein zu stehen. Strecken Sie beide Hände nach oben. So. Ich zähle jetzt eins, zwei, drei, und Sie sagen laut ja. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Nehmen Sie wieder Platz. Bevor Sie jetzt denken, Mensch, der Dominik hat auch schon ein paar intelligentere Schwaben eingeladen. Was hat das mit Krebs zu tun? Wissen Sie, was die meisten Krebskranken sind, wenn die zum Arzt kommen mit der Diagnose Krebs? Die sind relativ gesund. Die arbeiten, die essen, die haben Sex, vielleicht haben sie irgendwo einen kleinen Tumor da oder sowas. Das Blutbild ist bei den meisten normal. Das ist relativ normal alles. Und dann passiert etwas total Verrücktes, das es auch so nur in der onkologischen Fakultät in der Medizin gibt, sonst nirgends auf der Welt. Der Arzt sagt, Frau Müller, Herr Schmidt, damit Sie wieder gesund werden, muss ich sich zuerst mal ganz arg krank machen. Überlegen Sie mal. Ich muss es wiederholen, weil es so verrückt ist. Damit Sie gesund werden, muss ich sich krank machen. Ich muss mein Messer in Sie reinschneiden. Ich muss Ihnen Senfgas durch die Venen jagen. Ich muss sie noch schlimmer sogar bestrahlen, mit krebserregenden Strahlen. Und ich sage Ihnen, das ist total verrückt. Das ist mindestens so verrückt, wie hier so komisch hinzustehen wie Sie. Und jetzt passiert noch was. Der Arzt sagt, Frau Müller, Herr Schmidt, ist es denn okay, wenn ich da mit dem Messer in Sie reinschneide und wenn ich Ihnen da Zyklophosphamid doch die Venen jage. Und wissen Sie, was die meisten Patienten sagen? Ja. So wie Sie. Und warum sagen die das eigentlich alle? Weil Sie Ihrem Arzt vertrauen. Ich bin nicht gegen ein Vertrauensverhältnis zu Ärzten. Aber wissen Sie, was ich gelernt habe? Sie haben gedacht, naja, ich mache einfach mal, was der nette Schwabe da sagt. Ich stehe da so blöd hin und schreie ja. Weil Sie mir vertraut haben. Weil Sie Dominik vertraut haben. Weil Sie gedacht haben, der lädt doch keine Spinner hier ein. Und so geht es Patienten auch. Die vertrauen ihren Ärzten. Aber ich musste in den letzten 20 Jahren lernen, ich mache manchmal verrückte Dinge und Ärzte machen unglaublich verrückte Dinge. So. Und jetzt lassen Sie uns mal anschauen, wie sieht die onkologische Welt eigentlich aus? So sieht die onkologische Welt aus. Jede Woche sehen Sie irgendwo in einer Zeitschrift von irgendwelchen Durchbrüchen in der Onkologie. Das sind die nackten Zahlen. Es gibt keine. Es gab noch nie welche. Es gibt keine. Und ganz ehrlich, in den nächsten Jahren wird da auch nichts passieren. Und an was liegt es eigentlich? Ich komme gleich zum wichtigsten Punkt. Es liegt an den Dogmen. Das ist schlimmer wie in der katholischen Kirche hier. Da sind nur Dogmen. Es ist keine Wissenschaft da. Ich beweise Ihnen das gleich. Und deshalb möchte ich Sie heute mal auf eine onkologische Reise mitnehmen, die mich in den letzten Jahren in über 50 Länder geführt hat, wo ich mit unglaublich vielen tollen Menschen sprechen durfte, um zu lernen, was Krebs ist und wie Krebs therapiert gehört. Das erste Dogma ist Onkologie ist eine Wissenschaft. Ganz ehrlich, Sie gehen zu vier Ärzten und kommen mit vier verschiedenen Meinungen nach Hause. Was ist denn da Wissenschaft drin? Da ist überhaupt keine Wissenschaft. Das ist ein trial and error System. Die ganze Onkologie. Es gibt keine Wissenschaft. Und dann gibt es einen Punkt, dieses Dogma hier. So viele intelligente Menschen. Oh ja, ich sage nicht, dass Professoren an Universitäten dumme Menschen wären. Überhaupt gar nicht. Ich habe fantastisch tolle Menschen kennengelernt. Aber wissen Sie, was ich lernen musste? Die irren sich manchmal. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Bis vor wenigen Jahren haben noch alle behauptet, Menschen haben 100.000 Gene. Es ist nicht so wichtig, wie viele Gene wir haben. Wissen Sie, was wichtig ist? Wie kommt es eigentlich, dass 100.000 Professoren, alles intelligente Menschen an allen Universitäten dieser Welt so einen Müll herausgeredet haben? So einen Nonsens. Ganz einfach. Der eine hat was gesagt, der hat ein Dogma erstellt und alle anderen quatschen einfach nach, ohne irgendetwas zu überprüfen. Ich sage nicht, um Missverständnisse zu vermeiden, diese Menschen wären dumm. Überhaupt gar nicht. Fantastische Menschen. Aber eins habe ich gelernt. Einer labert und alle anderen labern hinterher. Und dann kommt das nächste Dogma. Wir kennen ja die Ursache von Krebs. Vor noch nicht mal zwei Monate hat das Deutsche Krebsforschungszentrum diese Studie veröffentlicht in Deutschland. 165.000 Fälle könnten wir vermeiden, wenn wir weniger rauchen, weniger saufen, besser ernähren, bla 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 bla. So. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Bei einem Drittel haben Sie gewusst, wieso. Bei zwei Drittel haben die keine Ahnung gehabt. Einfach gar keine Ahnung, warum die was haben. Sie sehen, man kann es ziemlich weit im Leben bringen, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Da gibt es noch andere Menschen. Und jetzt muss man sich das mal anschauen. Das Krebsforschungszentrum in Heidelberg, ausgerechnet im Schwabenland. 3.000 Menschen arbeiten da, verbraten jedes Jahr 300 Millionen Euro Steuergelder. Ich habe noch nicht mal eingerechnet, wie viel Geld von der Pharmafirma da kommt. Die braten das. Und das Einzige, was sie uns sagen, ist, raucht nicht zu viel und esst nicht zu viel. So. Aber schauen Sie uns mal die Daten genau an. Wir haben in Deutschland 20 Millionen Raucher, aber wir haben nur 50.000. Das sind 0,225 Prozent aller Leute, die rauchen, bekommen Krebs. Ich gehe gar nicht mehr näher drauf ein. Darauf muss man eingehen. Das bedeutet nämlich, im Umkehrschluss fast alle Raucher bekommen keinen Krebs. Und wenn man jetzt die Ärzte fragt, warum kriegen die eigentlich Krebs? Es liegt an der Gene. Und wenn ich sage, okay, und warum kriegen jetzt die anderen keinen Krebs? Es liegt an der Gene. Okay, es liegt also immer an der Gene. Da komme ich gleich näher drauf. Also was brauchen wir? Wissen Sie, was wir unbedingt brauchen? Wir brauchen unbedingt viel, viel mehr Krebsforschung. Da, da hapert es dran. Wir haben viel zu wenig Krebsforschung. Ich zeige Ihnen mal was, was ich vor zehn Jahren gemacht habe. Das ist eine Arbeit, wo ich mir das mal alles rausgeschrieben habe, was in einem beziehungsweise in anderthalb Monaten veröffentlicht wurde. Das da. 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 Stopp. Lassen Sie uns hier stoppen. Ich könnte nämlich noch 50 Mal hier draufdrücken. 50 Mal. Und nichts ist passiert. Jetzt sind wir zehn Jahre später. Im Frühjahr dieses Jahr habe ich mir die Arbeit gemacht und habe mal hingeschaut. All diese Studien, die ich 2008 aufgeschrieben habe, nicht alle, bei 200 habe ich es gemacht, hat irgendeine irgendwas getaugt, hat irgendeine zu einer Signifikanz in der Onkologie geführt. Nichts. Keine einzige dieser Studie hat zu einem Medikament geführt, dass ein Mensch länger lebt und so weiter. Wir sind heute 210 Milliarden Euro weiter an Forschungsgelder. Und wir sind kein einziger Mensch, der durch überlebt. Was zum Teufel treiben die eigentlich den ganzen Tag? Ganz ehrlich, was machen die eigentlich? Und jetzt wird etwas kommen, was Sie sich wahrscheinlich noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Weil es heißt ja immer, es gibt Krebsstudien. Aber wissen Sie was? Was ist eigentlich eine Studie? Wissen Sie, was eine Studie ist? Ich nehme eine Gruppe von Menschen, gebe denen ein Medikament. Und ich nehme eine Gruppe von Menschen und gebe denen kein Medikament. Und dann vergleiche ich das miteinander. Seit 50 Jahren gibt es keine einzige dieser Studien in der Onkologie. Keine einzige. Was ist der Grund dafür? Ethik. Ethik. Sie müssen sich mal vorstellen. Die verkaufen uns, es ist ethisch Senfgas durch die Venen zu jagen, aber es ist nicht ethisch biologische Nahrung zu nehmen. Was für eine Ethik ist es? Also meine Ethik ist es nicht. Das hat mit Ethik überhaupt nichts zu tun. Weil wissen Sie, was die da tun? Die tun seit Jahren, genauer gesagt seit über 50 Jahren, vergleichen die immer an Lada mit einem Trabi. Für die Schweizer Trabi ist dieser Porsche von Ostdeutschland. Und es ist ja klar, einer von denen beide ist schneller, einer von denen beide verbraucht weniger Benzin, einer von denen ist leiser. Laut sind sie beide. Aber wie auch immer. Aber wissen Sie was? Die Ihnen nichts sagen. Es gibt da draußen einen Tesla. Es gibt einen Mercedes. Kommen Sie, ich bin von Stuttgart. Wir haben Porsche und Mercedes. Die werden nie miteinander verglichen. Niemals. Wissen Sie, was das ist? Das ist Malen mit drei Farben. Chemotherapie, Bestahlung und Operation. Ich male alle Bilder mit drei Farben. Und wenn ich da eine vierte, fünfte, sechste Farbe dazu hinfülle, wissen Sie, was sie dann sind? Dann sind sie so wie ich, ein Quacksalber oder esoterischer Spinner. Und wenn ich sage, aber es gibt so viele schöne Farben. Nein, die gibt es nicht. An was ist eigentlich alle schuld? Schuld sind die Gene. Das ist das schlimmste Dogma, das es überhaupt gibt. Und wie kommen die da eigentlich drauf? Die sind doch nicht dumm, diese Professorin. Ganz einfach. Es liegt an den Pathologen. Weil ein Pathologe bestimmt, ob jemand Krebs hat oder nicht. Die sitzen übrigens immer im Keller. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Pathologen sitzen immer tief im Keller unten im Krankenhaus. Und das Problem ist, wenn die da ins Mikroskop reinschauen, wissen Sie, was die sehen? Das ist das, was sie sehen. Das hier. Die sehen Mutationen. Und weil die immer so viele Mutationen sehen, denken die natürlich, Mutationen sind die Ursache von Krebs. Aber stimmt das denn wirklich? Ist denn eine Veränderung von Zellen vielleicht eine Anpassung und nicht eine Entartung? Die benutzen übrigens immer noch dieses Wort entarten. Oder ist es vielleicht nicht so, dass wir sich mal die Frage stellen müssen, wann sieht eigentlich ein Pathologe einen Tumor? Gleich, wenn er sich teilt oder erst Jahre später? Natürlich sieht er den Tumor doch erst viel, viel später. Und ich mache es kurz. Mutationen, die gibt es natürlich, bezweifle ich mit keiner Sekunde. Ich habe genügend gesehen unter dem Mikroskop. Aber die sind nicht der Anfang einer Krebserkrankung. Ganz vorne ist immer eine Art Stress. Dann gibt es Zellenmembranveränderungen. Dann gibt es sogenannte mitochondriale Veränderungen und so weiter und so fort. Und dann später, wenn ganz viele Dominosteine umgefallen sind, dann erscheinen auch Mutationen. Und hier ist der große Denkfehler. Weil die Pathologen immer Mutationen unter dem Mikroskop sehen, aber denen nicht bewusst ist, wann sie eigentlich diese Mutationen sehen, denken sie. Das ist die Ursache von Krebs. Und Gene, Gene bestimmen unser ganzes Leben. Also Gene ist ja immer noch, obwohl wir heute schon viel mehr wissen über Gene, aber Gene bestimmen immer noch alles. Wissen Sie eigentlich, dass Bananen mehr Gene haben wie Sie? Wenn Sie sich mal vorstellen, 30, 40 Prozent haben Bananen mehr Gene wie Sie. Wissen Sie, was auch schlimm ist? Affen haben 98,5 Prozent die gleichen Gene wie Sie. Aber das Allerschlimmste ist das. Mein Nachbar. Sie kennen meinen Nachbarn nicht. Sonst würden Sie das besser verstehen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich 99,5 Prozent das gleiche... Nein, Sie kennen meinen Nachbarn nicht, sonst würden Sie genau wissen, von was ich hier rede. Das ist kompletter Nonsens. Unsere Gene sind da nicht dran schuld. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel zeigen. BRCA1 und BRCA2. Das steht für Breast Cancer 1 und Breast Cancer 2. Das sind Gene, wo dann immer behauptet wird, wenn Sie diese Gene haben, dann kriegen die Frauen Brustkrebs. Und dann nimmt man sich so hochintelligente Frauen aus Hollywood und die stellt man da vorne hin, die lassen sich die Brüste abschneiden und das ist dann die Lösung. Was man Ihnen jedoch nicht sagt, ist, die Aschkenassims ist eine hauptsächlich jüdische Gruppe. Diese Frauen haben diese Gene. Jede 40ste, in manchen Studien sogar jede 30ste, hat dieses Gen. Also 10, 20 Mal häufiger als bei anderen. Haben die mehr Brustkrebs? Ne, überhaupt gar nicht. Ich habe so manchen intelligenten Genforscher gefragt, aber die haben doch alle diese Gene. Wieso haben die keinen mehr Brustkrebs? Da kommt keine Antwort. Und wissen Sie, was man Ihnen auch nicht sagt? Alle diese Studien kommen aus Salt Lake City von den Mormonen. Und rein zufällig, rein zufällig ist dort die Firma, die das ganze Geld damit verdient. Und das noch Krankeste ist überhaupt, dass Operationen als Lösungen hier angepriesen werden. Was man Ihnen auch nicht sagt, ist, das gibt es ja auch nicht nur für Brustkrebs, das gibt es für Hodenkrebs, das gibt es für Darmkrebs und das gibt es für Gehirntumore. Ich muss sagen, Operation als Lösung, bei manchen Menschen ist das eine sehr angenehme Lösung, das durchzudenken. Aber im Allergrößten, wenn man sich das wirklich überlegt, es ist ein Wahnsinn, wenn irgendwas nicht stimmt, das herauszuschneiden. Und bei den Mutationen kommt da was anderes hinzu. Das ist eine falsche Theorie, also sind auch die Antworten falsch. Ich habe irgendwann mal gelernt, am Anfang, wissen Sie, man kommt sich ja immer so klein vor gegen all diesen intelligenten Professoren. Und ich habe mich am Anfang immer gar nicht getraut, bis mir ein Professor gesagt hat, frag doch mal meine Kollegen folgende Frage. Warum hat unser Herz keinen Krebs? In unserem Herz gibt es Trillionen von Genen, die entarten aber nie. Warum eigentlich nicht? Es gibt übrigens auch viele andere Stellen im Körper, wo nie Tumore sind. Aber das Herz ist das größte Organ, da ist nie ein Tumor. Warum mutiert es nie? Oder wissen Sie, was auch so richtig schizophren ist? Ein Professor unterrichtet morgens an der Universität seinen Medizinstudenten eine einzelne verstreute mutierte Krebszelle. Wenn die durch die Lymphblutbahn gehen, macht die neue Tumore. Nachmittags geht er auf die Station und verordnet Biopsien. Wissen Sie, dass bei jeder Biopsie Millionen von Krebszellen ins Gewebe gehen? Nicht ein oder zwei, Millionen. Erklären Sie das mal. Ich habe viele Ärzte gefragt. Kriegen Sie keine wirkliche Antwort? Oder wir wissen heute, dass ungefähr 0,2, 0,3 Quay, das ist so eine Strahleneinheit, neue Krebszellen erzeugt. Eine Frau mit Brustkrebs kriegt 54 Quay. Das ist das 150-fache von dem, was Krebs erzeugt. Wie? Hören Sie genau zu. Sie kriegen als Frau bei Brustkrebs die 150-fache Menge an Bestrahlungsdosierung von dem, was neue Krebszellen erzeugt. Also ich treibe sogar den Belzebub hier aus. Und vor vielen, vielen Jahren haben schon zwei Forscher, und zwar in dem Fall Goldblatt und Cameron, haben auf den Arbeiten von einem noch intelligenteren Forscher, nämlich von Otto Warburg, der hat 1931 den Nobelpreis bekommen, die konnten beweisen, dass die Gene sind gar nicht wichtig, sondern wenn man Zellen, den Sauerstoff entzieht, dann wandeln die sich um zu Krebszellen. Diese Forschungen wurden zigmal weiter bewiesen, die werden aber ganz bewusst ignoriert, nicht veröffentlicht, weggetan und so weiter. Mein Leben hat sich total geändert durch diese Arbeit. 1974 ein Bild der Wissenschaft in Deutschland erschienen. Teratome und Chimäre. Da haben zwei amerikanische Forscher Folgendes bewiesen. Man kann den Zellkern herausnehmen, also diesen bösen, ganz, ganz bösen Krebszellkern, nimmt man heraus in eine andere Zelle, verpflanzt es in Frösche oder Ratten, und wissen Sie, was passiert? Nichts. Wenn man den Rest der Zelle nimmt, also da, wo alles lieb und gut ist, da kann man neue Tumore erzeugen. Als ich das gelesen habe, als ich das verstanden habe und als ich dann noch ein paar Professoren gefragt habe und gesagt habe, erklären Sie mir das mal, das war vor vielen, vielen Jahren, habe ich gesagt, ne, stopp, hier nicht mehr. Dann habe ich mich beschäftigt und habe gesagt, da muss es doch Menschen geben, die haben sich schon viel mehr Gedanken über Krebs gemacht und die habe ich gefunden. Und auf einmal habe ich gesehen, wow, es gibt unglaublich intelligente Theorien. Nicht Mutationen, sondern Mitochondrien, das sind so kleine Teilchen, wo unsere Energie-ATP produziert wird in den Zellen. Oder Adrenalin und so weiter, ich gehe gar nicht aus Zeitgründen darauf ein. Aber wissen Sie, was ich gemerkt habe? Auf einmal, wenn man diese Theorien anschaut, kriegt man auch die richtigen Antworten. Ich möchte Ihnen mal zwei, drei zeigen. Warum hat unser Herz kein Krebs? Ganz einfach. Hat natürlich nichts mit Mutationen zu tun. Ganz einfach. Damit eine Zelle eine Krebszelle wird, muss die Zellmembranspannung heruntergehen. Aber was ist in unserem Herzen? Ganz viel Strom. Elektrizität. Denken Sie dann, was ein EKG ist. Und natürlich kann der Strom nicht runtergehen, weil sonst würde das Herz einfach stehen bleiben. Sie wären tot, lange bevor Sie einen Tumor hätten. Es ist nicht so wichtig, diese Theorie. Ich möchte Ihnen nur an diesem Beispiel zeigen. Denn wenn man sich wirklich Gedanken macht, dann findet man auch die richtigen Antworten. Oder eine Frau, Dr. Waltraud Frieder, hat schon vor 30 Jahren gezeigt, wie der Adrenalinmangel zu Krebs führt. Wir wissen das. Das ist Wissenschaft. Und wissen Sie was? Es interessiert niemanden an irgendeiner Universität. Niemanden interessiert das, obwohl es nachweisbar ist. Oder auch in der Alternativmedizin wird ja heute immer behauptet, Krebs ist ein Problem des Immunsystems. Und wissen Sie, was der Denkfehler ist? Ganz einfach. Man denkt, wenn das Immunsystem gut wäre, dann würde es doch diesen bösen Krebs töten. Ich erkläre Ihnen aber gleich, warum Krebs überhaupt nicht böse ist, sondern ganz im Gegenteil. Und auch hier habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, warum zum Teufel sterben eigentlich so viele Menschen immer noch, obwohl es da draußen so viele intelligente Leute gibt. Also habe ich, das ist schon 18 Jahre ungefähr jetzt her, habe ich begonnen, um die Welt zu reisen. Ich war infiziert von diesem Virus Krebs und ich wollte unbedingt herausfinden, was ist die beste Krebstherapie. Also habe ich gedacht, nein, ich höre auf mit Büchern, ich höre auf mit Theorie. Ich schaue mir jetzt einfach mal an, was für Krebstherapien gibt es eigentlich auf dieser Welt. Und es gibt im Grunde genommen vier Krebsarten, also Tumorzerstörende, Immunmodulierende, Ernährungstherapien und natürlich die Ursachenzuchende. Für die Schulmedizin gibt es natürlich nur Tumorzerstörende Therapien. Weil das Weltbild in der Schulmedizin ist einfach, da ist was Böses, das Böse muss ich töten. Punkt. Und deshalb sind alle ausnahmslos, alle Therapien ist auf Tötung weg. Aber auch in der Alternativmedizin gibt es ganz viel Tumorzerstörende Therapien. Warum eigentlich? Ganz einfach, hier wird ein unglaublich großer Markt befriedigt. Weil der Markt heißt, ich möchte meinen Tumor möglichst in den nächsten zwei Tagen weg haben. Auch wenn der jahrelang herangewachsen ist. Menschen haben so Angst vor Tumoren, dass sie den möglichst wegoperiert, wegzerstört, wegverstrahlt. Sie wollen ihn einfach weg haben. Ich gehe gar nicht näher darauf ein. Dann gibt es viele Immunsystemmodulierende, nicht Aufbauende. Weil das Immunsystem funktioniert sehr gut. Aber es verändert die Therapien. Auf der ganzen Welt gibt es unglaublich intelligente und gute Therapien. Dann gibt es Ernährungstherapien. Und lassen Sie sich ja nicht erzählen, dass es die nicht geben würde. Ich bin schon oft angegriffen worden. Das ist doch Nonsens. Es gibt keine Ernährungstherapie. Wissen Sie was? Ich muss das nicht glauben. Ich weiß es. Woher weiß ich das? Ich habe diesen Menschen, die Budwig, Gers und Makrobiotik, irgendwas gemacht haben. Ich habe denen die Hand geschüttelt. Ich weiß, dass sie das gemacht haben und gesund geworden sind. Also ich muss da nichts glauben. Ich weiß es. Und dann gibt es das Allerwichtigste. Die Ursachen suchende Therapien. Das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, was wir heute brauchen in der Onkologie. Aber da komme ich nachher noch etwas näher drauf. Ja, vor über zehn Jahren eigentlich schon fast her. Ich bin viel herumgereist, habe mir viele Gedanken gemacht. Und irgendwann war ich, ja heute nennt man das Burnout, ich war frustriert. Ich war angewidert. Mich hat die ganze Onkologie, auf gut Deutsch gesagt, angekotzt. Weil ich bin nicht weitergekommen. Ich habe einfach nicht verstanden, warum so viele Menschen an Krebs starben. Und zu diesem Zeitpunkt, warum auch immer, habe ich mir ein paar Bücher gekauft. Ich bin so, wissen Sie, einer so eine Leserate, der den ganzen Tag lesen kann. Und da habe ich mir Bücher über die Evolution gekauft. Und auf einmal, auf einmal habe ich alles verstanden. Ich habe verstanden, warum jemand Krebs hat. Ich habe verstanden, wie man es therapieren muss. Und ich habe vor allem eins verstanden, alle meine Denkfehler, die ich über Jahre begangen habe. Alles, was ich falsch gedacht habe. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Wir müssen, damit Sie das verstehen, ungefähr, mal ganz grob zwei Milliarden Jahre zurück. Da gab es nur so ein paar einzelne Zellen, die haben ohne Sauerstoff auf unserem Planeten gelebt. Und dann ist was passiert. Vor ungefähr zwei Milliarden Jahren haben die ersten Blaualden begonnen, Sauerstoff zu produzieren. Jetzt ist Sauerstoff leider eine hochgiftige Substanz, die nämlich diese Zellen, diese Einzeller, töten konnte. Und jetzt sind diese ersten, das waren im Grunde genommen Bakterien, die konnten mit diesem Sauerstoff umgehen. Und die haben eine Hochzeit gemacht. Diese Hochzeit hat sage und schreibe 800 Millionen Jahre gedauert. 800 Millionen Jahre, bevor die zusammengegangen sind und das geworden sind, was wir heute Mitochondrien nennen. Also diese kleinen Teilchen in all unseren Zellen. Wir haben zwar nur einen Zellkern, wir haben aber in jeder Zelle 500 bis 5000 Mitochondrien. Und interessant, was vielen Menschen auch nicht bewusst ist, diese Mitochondrien haben ihre eigene DNA. Wir haben zwar da einen Zellkern mit der DNA, aber die Mitochondrien haben auch die DNA. Und jetzt hat es nochmal sage und schreibe 1,2 Milliarden Jahre gedauert, bis diese Mitochondrien so funktioniert haben, dass sie die 18-fache Menge an Energie produzieren konnten. Warum ist das so wichtig? Was hat das mit Krebs zu tun? 1,2 Milliarden Jahre später war dann sozusagen der Homo Sapiens so ganz grob da. Mit seinen 100 Billionen Zellen. Im Grunde genommen das, was wir heute sind. Und mal ganz ehrlich, das ist heute immer noch so. Wir haben heute immer noch Zellen, die mit Sauerstoff leben und die ohne Sauerstoff leben. Und ganz ehrlich, so richtig verändert haben wir uns nicht. Ich war vor zwei Wochen in Südtirol in die Berge wandern. Ich habe da ein paar Menschen gesehen. Ich würde sagen, wir haben uns nicht so viel verändert. Wir haben immer noch, immer noch all diese Zellen in uns. Erober und Erober. Und wissen Sie, was eigentlich Krebszellen sind? Krebszellen sind ganz normale Zellen, die ohne Sauerstoff leben können. Unser Leben würde gar nicht auf diesem Planeten existieren heute. Sie, jeder Einzelne von Ihnen ist ohne Sauerstoff entstanden. Weil wenn die erste Eizelle und Spermien zusammenkommen, die ganze Einnistung, das funktioniert nicht mit Sauerstoff. Das geht alles ohne Sauerstoff. Selbst wenn Sie sich mit dem Messer reinschneiden und da entstehen Narben. Das geschieht alles, die Heilung ohne Sauerstoff. Also Krebszellen sind etwas von der Evolution total Gewolltes und wir brauchen das. Es erzeugt Leben und es erhält Leben auf diesem Planeten. Und ohne anaerobe Möglichkeiten, nochmal, könnte kein Embryo in einem Mutterleib heranwachsen. Ist das was Böses? Das ist nichts Böses. Und das habe ich irgendwann kapiert. Ich habe mich mit den Gesetzen der Evolution beschäftigt und dann habe ich Folgendes verstanden. Es gibt viele Gesetze, das Überleben des Stärkeres, wobei es ein Übersetzungsfehler einzig heißt, das Überleben der Anpassungsfähigeren. Aber es gibt ein Gesetz, das über allen anderen Evolutionsgesetzen steht. Überleben. Das Überleben der Spezies, genauer gesagt. So. Und als ich das verstanden habe, als ich das in Connection gestellt habe, zu all meinen Überlegungen und zu Krebs, habe ich meinen größten Denkfehler überhaupt verstanden. Ich habe gedacht, Gesundheit ist das höchste Gut und Krankheit ist etwas Schlechtes. Meine Mutter war Krankenschwester, die hat oft diesen Satz gesagt, Gesundheit ist das höchste Gut. Ich habe selber elf Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe viele kranke Menschen gesehen und viele Sterbende. Und ich habe das immer in meinem Kopf gehabt, Krankheit ist etwas Schlechtes. Aber wissen Sie, es ist genau umgekehrt. Das, was wir heute Krankheiten nennen, was wir Symptome oder Syndromen nennen, das ist nichts anderes als eine Regulation in Ihrem Körper. Egal was, jede Krankheit, körperlich, psychisch, ist eine Regulierung und hat nur einen einzigen Sinn. Überleben der Spezies heute. Heute. Das ist ein bisschen kompliziert manchmal, weil wir denken gerne in Jahresschritten. Nein. Der Evolution geht es darum, dass Sie heute überleben und dass Sie Nachkommen produzieren können. Das ist Evolution. Und alle Krankheiten, müssen Sie Folgendes verstehen, laufen auf einer symptomatischen Zeitlinie. Und alle Krankheiten haben irgendwann eine sogenannte Eigendynamik. Das bedeutet ganz einfach, am Anfang ist die Krankheit gut, am Schluss tötet sie sie. Egal welche Krankheit. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele zeigen. Zuerst, was ist das Hauptproblem der Schulmedizin hier? Ganz einfach. In der Schulmedizin werden Krankheiten immer am Ende gesehen. Immer nur negativ. Egal welches Symptom Sie haben, es ist schlecht und muss therapiert werden. Und so werden heute nicht mehr Menschen therapiert. Ja, es werden nicht einmal Krankheiten therapiert, sondern es werden nur noch Symptome therapiert. Aber schauen Sie uns das mal an. Eine der häufigsten Krankheiten neben Krebs ist Hypertonie. Aber ist Hypertonie denn wirklich was Schlechtes? Überhaupt gar nicht. Hypertonie hilft zu ihrer Organdurchblutung, ihre Kapillagefäße. Es hilft besser zu entgiften. Es verhindert sogar Arterienverkalkung und so weiter und so fort. Am Schluss bringt es sie um. Das gleiche ist mit Krebs. Krebs ist unglaublich gut. Krebs verbrennt 18 Mal zu viel Zucker, wenn sie ein Zuckerproblem haben. Das haben alle. Es blockiert Giftstoffe. Es sammelt und entgiftet Giftstoffe. Es zeigt ihnen, hey, du musst was ändern in deinem Leben, sonst kannst du hier nicht überleben. Nur die Anpassungsfähigen können in der Evolution überleben. Am Schluss, natürlich werden sie hektisch und sie sterben. Aber auf dieser Zeitlinie müssen sie Krebs verstehen. Und deshalb mit das Wichtigste, was sie heute mit nach Hause nehmen. Krebszellen sind nicht böse. Krebszellen wollen nichts Böses tun. Sie sind der Krebs. Wenn sie da einen Tumor in der Brust haben, wer ist das? Vom Mond? Nein, das sind sie doch. Das sind doch ihre eigenen Zellen. Da ist nichts Böses. Hätten sie diesen Tumor nicht, würden sie nämlich früher sterben. Wie entsteht Krebs? Im Grunde genommen eigentlich nur durch drei Gründe. Giftstoffe? Ja, natürlich gibt es Giftstoffe. Ich denke da an Asbest und Teer. Natürlich gibt es die. Aber das ist der weitaus kleinste Teil. Der viel größere Teil entsteht durch Traumata, hauptsächlich unerwartete Dinge, die sie hart treffen, und durch einen Dauerstress. Das ist das, was Waltraud Frieda so schön gezeigt hat. Wenn Sie, ich sage mal, zehn Jahre mit einem Alkoholiker verheiratet sind und jeden Tag Dinge mitmachen müssen, dann geht einfache Adrenalinspiegel runter. Dadurch geht mehr Zucker in die Zelle hinein. Die Zelle braucht einen Weg, diesen Zucker wieder herauszubringen. Dadurch schellt sie einfach den Sauerstoff in die Zelle ab und kann diesen Zucker verbrennen. Ganz einfach. Und wissen Sie, was noch das Wichtigste dabei ist? Das, was ich gerade erzählt habe, ist nachweisbar. Das ist keine esoterische Spinnerei. Wir können das messen. Wir können sogar in Ihrem Gehirn das messen. Wir können diesen Adrenalinspiegel messen. Wir können Kalium-Natriumpumpen messen. Wir können all diese Dinge messen. Aber wissen Sie, dass nichts von dem hier ein Onkologe interessiert? Wenn ich zu dem sage, aber halt mal. Das ist keine Quacksalberei. Das ist keine Esoterik. Das ist harte Wissenschaft. Ich kann dir beweisen, dass bei jedem Krebskrank das passiert. Du musst es nur messen. Wollen wir nicht. Weil wir haben ja irgendwelche Tumormarker und wir haben den Pathologen. Warum sollten wir irgendetwas anderes messen? Als ich all das verstanden habe vor Jahren, habe ich noch was anderes verstanden. Ich hatte schon vor über 15 Jahren Folgendes herausbekommen. Ich habe ganz viele sogenannte Final-Stage-Survivor, also Menschen im Endstadium interviewt, die wieder gesund geworden sind. Und ich habe die gefragt, was habt ihr eigentlich gemacht? Und da sind immer drei Dinge aufgefallen. Ernährung, Entgiftung und energetisches Arbeiten. Ernährung und Entgiftung waren ungefähr bei zwei Drittel aller Patienten. Und deshalb, es gibt unglaublich tolle Ernährungstherapien. Die eine ist Gerson, bin ich ein großer Freund. Und die andere ist natürlich die Öleiweißkost von Dr. Johanna Budwig. Budwig deshalb, weil ich bin ein Schüler von Dr. Johanna Budwig. Ich hatte das Glück, fast fünf Jahre mit ihr immer wieder arbeiten und zusammenkommen zu dürfen. Und außer von Dr. Frieda, muss ich sagen, gibt es keine andere Frau, von der ich in meinem Leben so viel lernen durfte. Und wenn irgendeiner sagt, Ernährungstherapien würde es nicht geben, dann darf er gerne zu mir kommen und ich kann ihm das Gegenteil beweisen. Und ich glaube da nicht dran. Dann ist natürlich Entgiftung. Wenn man entgiftet ist, vergiftet, dann muss man natürlich entgiften. Wissen Sie, das ist auch etwas unglaublich Lächerliches. In der konventionellen Medizin wird ja behauptet, dass zum Beispiel Menschen durch Rauchen und durch die schlechte Essen und Alkohol und so, dass die vergiftet sind. Aber wenn jemand vergiftet ist, was macht man denn da? Man tut entgiften. Und genau das findet nicht statt in der Schulmedizin. Da sind also lauter vergiftete Menschen, aber statt die Menschen zu entgiften, jagen sie noch Zyklophosphamid und Platinstoffe in die Venen rein und vergiften diese Menschen noch mehr. Wo ist da der Sinn dahinter? Und wissen Sie, was auch nie gemacht wird? Es wird zwar behauptet, dass diese Giftstoffe Krebs erzeugen, aber wenn ein Krebspatient an die Uni kommt, dann wird nie untersucht, welcher Giftstoff zu diesem Krebs geführt hat. Dadurch stellt sich natürlich die Frage, wie will eigentlich dieser Mensch, wenn er gar nicht weiß, durch welchen Giftstoff er krank geworden ist, in der Zukunft vermeiden, dass er diesen Giftstoff wieder zu sich nimmt. Weil wir brauchen ja nur Dogmen, wir brauchen keine Wissenschaft. Und in der Entgiftung geht es natürlich auch darum, dass man aufhört, Giftstoffe reinzutun, nicht nur rauszutun. Aber das Wichtigste, das Allerwichtigste ist energetisches Arbeiten. Was bedeutet das? Ganz einfach. Lassen Sie uns mal anschauen, was bestimmt eigentlich unser Leben? Ich hoffe, es geht Ihnen wie mir. Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben. Das ist das, was Ihr Leben bestimmen sollte. Der Glaube, ohne Zweifel, nicht nur in muslimischen Ländern und bei Buddhisten, sondern auch in christlichen Ländern, spielt der Glaube eine große Rolle. Und selbst bei Atheisten spielt der Glaube nämlich eine große Rolle, weil die Glaubenden nichts. Auch das ist ein großer Glaube. Dann Sexualität. Kommen Sie, Sexualität spielt eine große Rolle. Lassen Sie mich Sie mal was fragen. Hier, lauter Schweizer. Wer hatte diese Woche einen unglaublich geilen Orgasmus von Ihnen? Mal Hände hoch. Uuuuh. Ich dachte, wir Schwaben haben Probleme. Aber in der Schweiz ist es nicht wirklich besser, ehrlich gesagt. Ich schreibe das mal der Bescheidenheit der Schweizer zu, dass hier so wenig Hände hochgegangen sind. Aber lassen Sie uns auf eins einigen. Sexualität spielt eine große Rolle. Egobefriedigung. Ich bin Schwabe. Was glauben Sie, wie ich es hasse, wenn mein Nachbar einen neuen Mercedes kriegt? Ich hasse das. Ich kann das nicht leiden. Da hat er sein Ego mehr befriedigt wie meins. Dann natürlich Essen ist groß und Angst. Angst dominiert unser Leben. Vielen Menschen ist das nicht bewusst. Aber wissen Sie, wer weiß, dass man mit Angst Menschen kontrolliert? Das sind Pharmafirmen. Das sind Politiker. Das sind Ärzte. Glauben Sie, dass irgendein Patient eine Chemotherapie machen würde, wenn der Arzt nicht sagt, Herr Müller, wenn Sie das nicht machen, dann ist unser Lieblingssatz aller Ärzte, wenn Sie Ihren Patienten zu irgendwas bringen wollen. Herr Müller, wenn Sie das nicht machen, dann da damit entsteht so viel Angst. So, und jetzt lassen Sie mal anschauen, wenn jemand Krebs hat, was passiert dann? Die Liebe, die wird größer. Die hat mehr Macht in ihrem Leben. Die Angst, die geht bei allen extrem. Der Glaube, das ist so ein bisschen wie der Wind fürs Feuer. Ein kleiner Glaube wird ausgemacht, ein großer Glaube wird noch größer. Was immer kleiner wird, ist der Appetit. Sexualität, Libido ist bei minus eins angelangt. Und das Schöne bei Krebskranken ist, dass das Ego und die Geldgier keine Rolle mehr spielt. Ich werde oft gefragt, warum arbeiten Sie immer mit so todkranken, starbenden Menschen? Ich sage Ihnen, es ist toll, mit schweren Krebskranken zu arbeiten. Wissen Sie, warum? Ich kann mit diesen Menschen über all die wichtigen Dinge im Leben reden. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn? All diese wirklich hochspirituellen Gespräche, die hat man mit Menschen, denen Ego und Geldgier keine Rolle spielt. Und jetzt schauen Sie mal hin. All die Dinge, all die Dinge, die unser Leben bestimmen, sind in der Onkologie nicht wichtig. Interessiert sich auf gut Deutsch gesagt kein Schwein dafür. Es ist einem Arzt wurschtegal, was in Ihrem Leben los ist, weil er glaubt ja zu wissen, warum Sie Krebs haben. Weil da eine Mutation ist. Also muss er sich nicht mit Ihnen beschäftigen. Wissen Sie, dass in Deutschland ein Arzt, im Durchschnitt ein Onkologe, sieben Minuten und 36 Sekunden mit seinem Patienten redet? Sieben Minuten und 36 Sekunden. Und hier eine interessante Studie. In der Schweiz sind es 14 Minuten. Fast das Doppelte. Aber die Studie wurde an Bern gemacht. Und wir wissen, dass es da anders zugeht mit der Zeit. Ja. Was ist dieser Riesenvorteil? Ein Arzt muss nicht die Frau Müller oder den Herr Schmidt therapieren. Er kann den Tumor therapieren. Er interessiert sich zero für das Leben eines Menschen. Aber was haben jetzt eigentlich Menschen gemacht, die wieder gesund geworden sind? Was haben die eigentlich wirklich gemacht, dass sie nachher keinen Tumor hatten? Obwohl alle Ärzte gesagt haben, das wird nichts mehr. Sie werden bald sterben. Das Erste waren Systemsprünge. Was bedeutet das? Wir alle leben in Systemen. Unsere Familie, unser Beruf, unser Denksystem, unsere Sexualität und so weiter und so fort. Wir leben in ganz vielen Systemen. Aber wissen Sie was? Wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Und wenn Sie krank sind, ist das Erste, was Sie herausfinden müssen, ist, was Sie ändern müssen. Weil es ist doch klar, wenn Sie nichts ändern, was würde passieren? Sie würden auf diesem Weg weitergehen, auf dem Sie krank geworden sind. Und da hinten erwartet Sie immer der Tod. Deshalb sind Systemsprünge das Allerwichtigste. Und das Nächste, wo wir in unserem Zentrum uns darauf fokussieren, zum Beispiel, ist die Ursachensuche. Wie soll denn ein Mensch gesund werden und vor allem gesund bleiben, wenn er nicht weiß, warum er krank geworden ist? Überall, in allen Systemen, egal ob ich heute ein Auto oder eine Waschmaschine repariere, wird zuerst mal nach der Ursache gesucht. Da wird nicht gesagt, alle Waschmaschinen funktionieren nicht, weil... Aber bei Menschen ist es so. Alle Menschen haben Krebs. Wir haben in Deutschland dieses Jahr mehr als 50.000 Frauen mit Brustkrebs neu diagnostiziert. Anscheinend haben alle diese Frauen den gleichen Grund. Das ist doch Nonsens. Also auch als nicht studierter Mensch muss einem das irgendwann mal aufpassen. Ja, und dann wissen Sie, was diese Menschen auch nicht getan haben? Das ist interessant. Die haben nie gefragt, wie, mit welchem Arzt, mit welcher Therapie werde ich gesund? Sondern die haben einfach das Warum gesucht. Die haben gesucht, warum sollen sie wieder gesund werden? Und hier ist wichtig, nicht für die Familie, nicht für den Ehemann und Ehefrau, nur für sich selber. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Wenn Sie krank sind, werden Sie zum Egoisten. Nur so können Sie wieder gesund werden. Dann natürlich mentales Arbeiten ist wichtig, positives Denken ist wichtig, aber positives Denken ist bedingt, weil ich habe viele Menschen gesehen, die haben positiv gedacht und sind gestorben. Hier ist viel wichtiger die Erwartungshaltung. Sie müssen auch erwarten, dass Sie wieder gesund werden und so leben. Sie sollten schwanger werden, Sie sollten heiraten, Sie sollten einen Tesla bestellen und sechs Monate drauf warten müssen. Sie sollten all diese Dinge tun und nicht nur positiv denken. Dann spirituelle Begleitung ist für viele Menschen sehr wichtig. Und dann habe ich etwas herausgefunden, wo ich selber am Anfang nicht kapierte, als mir der erste Patient das erzählt hatte. Viele Patienten, die machen Verträge mit sich selber. Ha! Habe ich am Anfang gedacht. Sie müssen wissen, ich habe lange in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe das ziemlich für schizophren und komisch gehalten am Anfang. Und dann habe ich aber verstanden, welche unglaublich positive Dynamik hinter Verträgen mit sich selber steht. Und zwar, der Dialog sieht immer gleich aus. Du, lieber Tumor, hör mal zu. Das ist eine scheiß Loser-Loser-Situation hier. Wenn du größer wirst, dann sterbe ich, aber wenn ich sterbe, stirbst du auch. Hm, lass uns das mal umtrennen in eine Win-Win-Situation. Du, lieber Tumor, du wirst wieder klein, nicht sterben. Sie sind der Tumor, nicht sterben, schön klein wieder werden, ganz normal sich teilen. Du wirst wieder klein, lässt mich am Leben. Und ich, der Tumorträger, der Wirt, ich werde heute, diese Woche, diesen Monat und dieses Jahr noch Folgendes ändern. Und ich empfehle jedem Patienten, das schriftlich zu machen. Überlegen Sie mal, die Dynamik, die dahinter steckt. Wenn sich beide an den Vertrag halten, kann der Wirt nicht sterben. Ich hatte vor vielen Jahren einen Arkady Petrov, das ist einer der bekanntesten russischen Heiler, nach Deutschland eingeladen. Und der hat mal einen schönen Satz gesagt. Eigentlich ist es einfach, Krebs wegzubekommen. Sag deinem Tumor oder mach du einfach nur Folgendes. Für ein so geiles Leben, dass dieser Tumor alt werden will mit dir. Ich habe auch zuerst ein bisschen gelächelt, aber wenn wir da weiter reingehen in diesen Satz, dann versteht man auf einmal, wow, so ist es. Der Tumor, dem muss ich nur zeigen, dass ich ein unglaublich toller Mensch bin und dass es sich lohnt, mit mir alt zu werden. Jetzt habe ich Ihnen viel erzählt und so manchen wird sich vielleicht denken, ist das alles gelaber? Stimmt das denn? Kann das wirklich Menschen helfen? Keine Chemotherapie und keine Bestrahlung kommen. Also ich möchte Ihnen was zeigen. Das ist unser Zentrum in der Nähe von Stuttgart. Zu uns sind über 90 Prozent Patienten, die austherapiert sind, die metastasiert sind, also mit Knochen, Leber, Lungen, Metastasen, Gehirn, Metastasen hauptsächlich oder Diagnosen wie Lungen und Fallen, Pankreaskrebs. Wir haben eine Studie vor ein paar Jahren gemacht und wir haben in diese Studie nur Menschen aufgenommen, die schriftlich, schriftlich von ihrem Arzt hatten, dass sie nicht mehr lange leben. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach, wenn bei uns jemand überlebt, dann sagen die Schulmediziner immer, ja, der hat keine richtige Diagnose gehabt. Ja, das stimmt ja alles gar nicht. Deshalb haben wir in dieser Studie, zuerst waren es 73, sechs haben wir rausgenommen, weil die frisch diagnostiziert waren und wir wollten nur Patienten, die schon aufgegeben waren. Von diesen 67 Patienten, das war das Outcome nach zwei Jahren. Nach zwei Jahren waren noch 36 am Leben, obwohl alle gesagt haben, das wird nichts mehr. Du stirbst ganz sicher dieses Jahr. Aber nicht nur das. Wir hatten acht Patienten, die zuvor Lungen, Leber, mehrere Metastasen im Körper hatten und die waren komplett tumorfrei. Die hatten keine Tumore mehr, waren komplett in Remission, wie man das auf Englisch nennt. Und zwei weitere konnte man im PET keine Diagnose mehr stellen. Und 15 dieser Patienten ist der Tumor entweder stabil geblieben oder kleiner geworden. Die waren also auf dem Weg in die Heilung. Man muss sich Folgendes vorstellen, Tumore gehen nicht so schnell weg. Zum Beispiel bei Lungenkranken sage ich immer, machen Sie sich mal auf eine Zeit von ein paar Jahren bereit. Und es reicht auch, wenn der Tumor sich verkapselt und Sie mit dem 100 Jahre alt werden, ist doch wurschtegal. Aber schauen Sie mal, da gibt es drei Zahlen. Null, Null, Null. Das sind die Zahlen der Schulmedizin. Und was ist das jetzt bei uns? Die Schulmediziner sagen, bei uns finden Wunderheilungen statt, sogenannte Spontanremissionen. Aber das Wort Spontanremission ist schon eine doppelte Lüge. Erstens mal geschehen Heilungen nicht spontan. Und zweitens sind es keine Remissionen, also vorübergehend ist besser sein, sondern es sind echte Heilungen. Normalerweise findet eine Spontanremission in einem von 100.000 Krebspatienten statt. Einer von 100.000. Bei uns ist es, je nachdem wie man sieht, einer von zwei oder einer von sechs. Also bei uns findet permanent Spontanremissionen. Sind wir jetzt das deutsche Lourdes? Weil bei uns permanent irgendwelche Heilungen stattfinden, die keiner sich erklären kann. Aber das ist natürlich Nonsens. Bei uns finden keine Heilungen wie in Lourdes statt. Weil in Lourdes machen die Patienten nämlich Folgendes. Sie warten, dass sie von jemand anderem geheilt werden. Wir treten den Patienten in den Hintern. Wir verlangen eine hohe Disziplin. Wir sagen denen jeden Tag, was sie alles tun müssen. Und das ist harte Arbeit. Und palliative Therapien, ich bin ja ein großer Gegner von Palliativtherapien. Warum? Weil schon bei den Bremer Stadtmusikanten der Esel gesagt hat, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Und Palliativtherapien bedeuten nicht, ob sie sterben, sondern nur noch wann. Und hier ist nochmal ein interessanter Punkt. Ich habe so viele Final-Stage-Survivor interviewt. Keiner von denen, nicht einer von denen hat Chemotherapie und Bestrahlung gemacht. Nicht ein einziger. Die haben alle etwas anderes gemacht. Und für mich die größte Frage überhaupt hier ist, wie erfolgreich könnten eigentlich diese Therapien sein, wenn sie nicht erst Patienten zur Verfügung gestellt werden, wenn sie kurz vorm Sterben sind, sondern direkt nach der Diagnose. Und das ist auch der Grund, warum wir so in Anführungsstriche bekämpft werden. Die Onkologie des 20. Jahrhunderts sieht für mich so aus. Tumore sind böse und müssen weg, ausradiert werden. Punkt aus, Amen. Aber es gibt eine Onkologie des 21. Jahrhunderts. Und die sieht aus so. Keine Heilung ohne Änderung der Ursache. Und das ist harte Arbeit. Weil Sie müssen bei jedem einzelnen Patienten herausfinden, warum der oder diejenige diesen Tumor zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle bekommen hat. Nur so funktioniert Onkologie im 21. Jahrhundert. Und machen Sie bitte nicht folgenden Denkfehler. Denken Sie nicht, Chemotherapien und Bestrahlungen heilen Krebs, weil Sie kennen doch irgendjemand, der eine Chemotherapie und Bestrahlung gemacht hat. Soll ich Ihnen was sagen? Man hat Ihnen lauter Programme in Ihre großen Rinde eingepflanzt. Ein Programm heißt zum Beispiel, je mehr Nebenwirkungen ein Medikament hat, desto besser ist es. Liebe hat auch lauter Nebenwirkungen. Das ist doch Nonsens. Ein anderes Programm heißt, wenn jemand eine Chemotherapie gemacht hat und er überlebt, dann hat er dank der Chemotherapie überlebt. Wenn jemand eine Chemotherapie gemacht hat und er stirbt, dann ist er gestorben, obwohl er die beste Therapie und die beste Chemotherapie der Welt bekommen hat. Dieses Programm ist in unserem Kopf drin. Ist es vielleicht nicht genau umgekehrt? Wenn jemand eine Chemotherapie macht und überlebt, hat er überlebt, obwohl er diesen Giftstoff zu sich genommen hat. Und wenn er stirbt, dann ist er vielleicht gestorben, weil er nicht eine bessere Therapie bekommen hat. Oder aber, was man sich ja gar nicht mehr getraut zu sagen heutzutage, ist er vielleicht gestorben, weil er die Chemotherapie bekommen hat. Wir, die Therapeuten und die Patienten, müssen, sollen, können, verstehen heutzutage, dass Tumore einfach sinnvoll sind. Und dass die nicht böse sind und dass sie uns helfen zu überleben. Und machen Sie nicht den Denkfehler, das Immunsystem ist schwach. Das ist Nonsens. Krebskranke haben ein unglaublich super funktionierendes Immunsystem. Und das Immunsystem tötet diesen Tumor nicht ab, weil dieser Tumor dem Menschen hilft beim Überleben. Es wäre doch dumm, vom Immunsystem diesen Tumor zu töten. Dann, ganz, ganz wichtig, Heilung entsteht in der Entspannung, im Relaxsein. Wir nennen das in einem Leben des Parasympathikus. Wir haben einen Sympathikus, das ist Stress. Wir haben ein Parasympathikus-Nervensystem, das uns in der Entspannung hat, wenn wir nachts zum Beispiel schlafen. Und das ist so, wie mein Freund Klaus Pertl immer sagt, das ist wie mit einem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug eine Turbine einen Fehler hat, dann kann man das nicht reparieren, wenn es fliegt. Man muss es runterbringen in den Hangar, man muss es in die Ruhe bringen und dort muss man reparieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und hier ist wieder ein Denkfehler. Ein Denkfehler ist, dass immer der Tumor muss therapiert werden. Schauen Sie, der Tumor macht nicht einmal ein Prozent in der Regel von Ihrem Körpergewicht aus. Ein Prozent von Ihren Zellen. In der Regel viel weniger wie ein Prozent. Nullkomman, nochmal was. Wissen Sie, was Sie therapieren müssen? Die 99 Prozent. Nicht die ein Prozent. Der Fokus muss auf dem Menschen sein, auf seinem Leben, auf seinem Glücklichsein und nicht der Fokus auf dem Tumor. Jetzt kommt noch etwas zum Schluss. Das möchten Sie nicht hören, aber das ist unsere Erfahrung der letzten 20 Jahre. Je kränker Sie sind, desto disziplinierter müssen Sie sein. Sie können nicht die Füße hochlegen und denken, der liebe Gott Maria oder sonst irgendjemand macht das. Nein, nein, macht es nicht. Sie machen es. Sie sind derjenige, der das in die Hand nehmen muss. Ihr Arzt, Ihr Heilpraktiker, Ihr Pfarrer soll Ihnen helfen dabei, aber Sie sind der Chef Ihrer Heilung. Machen Sie also bitte nicht den Denkfehler, mein Arzt wird mich schon heilen. Der hilft Ihnen, aber er heilt Sie nicht. Und dann noch etwas. Dafür werde ich oft angefeindet, aber ich bin heute der Meinung, zuerst therapieren und dann operieren. Warum? Ganz einfach deshalb. Ich habe es so oft gesehen, dass wenn man therapiert, bevor man operiert, dann hat man zwei Vorteile. Das erste ist, man sieht, ob die Therapie etwas taugt. Man kann es messen an der Tumorgröße. Und das zweite ist, man muss ganz oft gar nicht mehr therapieren, weil der Tumor weg, äh operieren, weil der Tumor weggeht. Und deshalb nochmal, nicht den Denkfehler machen, Tumore sind böse und töten ihren Wirt. Absolut gar nicht. Und das ist der letzte Teil. Wir mussten in den letzten Jahren lernen, dass Zytostatika, egal ob Vitamin C oder Chemotherapie, in einem späten Stadium einer Krebserkrankung den Menschen fast nicht mehr helfen. Wenn sie metastasiert sind, Lunge, Knochen, Leber, dann helfen auch alternative Zytostatika nicht mehr. Der Fokus darf nur noch auf einem Ding sein. Dann haben Menschen eine Chance, wieder zurückzukommen ins Leben. Ursachensuche, Ursachensuche und Ursachensuche. Nur wenn sie die Ursache herausfinden, dann können sie überleben. Und ich weiß, dass heute, wenn sie denken, dieses Jahr sterben vielleicht 250.000 Leute in Deutschland an Krebs. Und von denen haben ungefähr 220.000 palliative Therapien gemacht. Und der Grund für diese palliative Therapien war, weil Ärzte ihnen sagen, dass diese Therapien das Leben verlängern oder die Lebensqualität verbessern. Ich sage ihnen, das ist Nonsens. Erstens einmal, ich weiß nicht, wie eine Chemotherapie die Lebensqualität verbessern soll. Das verstehe ich sowieso nicht. Aber das ist eine Studie, die noch nicht mal drei Monate alt ist, wo sie herausgekommen sind. Und ich sage es Ihnen ganz kurz, man hat hier komplett unabhängig von der Tumorart und alles herausgefunden, dass Menschen, die metastasiert waren und Chemotherapie bekommen haben, 12, nochmal was Monate im Durchschnitt gelebt haben. Und die, die nichts gemacht haben, haben über 15 Monate gelebt. Also dieses permanente Argument, dass Chemotherapien in einer palliativen Situation in den Menschen helfen, da bin ich ein unglaublicher Gegner inzwischen. Weil ich einfach gesehen habe, das stimmt nicht und weil all diese Daten dagegen sprechen. So, und das ist das letzte Bild. Krebs ist so lange heilbar, solange Sie die Ursache finden können, solange Sie den Switch zurück ins Leben finden können und denken Sie niemals, dass hier keiner mehr helfen kann. Das bedeutet nur, dass andere nicht mehr helfen können. Wir sind hier in Basel, ich möchte Ihnen zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Ich war hier vor vielen Jahren, über zehn Jahre, in der Paracelsus-Klinik vom Dr. Rau, den der Dominik Frau Rau erwähnt hat. Und da war eine Patientin, eine ziemlich bekannte Schweizerin, sehr reiche Schweizerin. Und ich habe die interviewt, weil die auf dem Todesbett lag. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, erklären Sie mir mal. Weil ich frage immer, was hat sie zurück ins Leben gebracht? Und Sie müssen sich folgende Situation vorstellen. Sonntagnachmittag, der Pfarrer, die ganze Familie ist da, weil der Arzt sagt, die Frau stirbt heute. Und die starb einfach nicht. Und nicht nur das, ein Jahr später war sie wieder zurück im Leben und fast zwei Jahre später war sie tumorfrei. Und ich habe zu ihr gesagt, wissen Sie noch, was Sie gedacht haben auf dem Sterbebett? Dann sagt sie, ich weiß genau, ein Gedanke hat mich am Leben gehalten. Ich sage, was war es? Ich habe gedacht, das gönne ich dem nicht. Sie hat mir dann erklärt, dass sie eine reiche, bekannte Schweizerin ist, dass sie einen deutlich jüngeren Mann hat. Der hat eine deutlich jüngere Geliebte. Und sie hat gedacht, nee, fuck you, wie meine Kinder sagen würden. Das mache ich nicht. Ich gehe zurück und zeige denen alle so nicht. Ich erzähle die Geschichte so gern, weil sie natürlich lustig ist, aber weil sie auch mir etwas zeigt. Diese Frau war metastasiert. Die hatte, ich weiß nicht, 30, 40 Knochenmetastasen. Die hatte eine riesen Gehirnmetastase. Die hatte eine Schwellung, dass man ihr Kortison bis zum G nicht mehr gegeben hat. Die hat alles Mögliche gehabt und ist einfach nicht gestorben. Mit diesem Satz. Wenn sie es schaffen, zurückzukommen, wenn sie es schaffen, einen Sog, ein Warum, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ein Warum erzeugt einen Sog, das zieht einen zurück ins Leben. Wenn sie diesen Sog finden, dann können sie selbst schwerstkrank, schwerstkrank zurückkommen. und wie schon Inspektor Colombo und Stephen Jobs immer sagen, zum Schluss one more thing. Sie alle hier, ausnahmslos, jeder von Ihnen ist unglaublich privilegiert. Privilegiert gegenüber sieben Milliarden anderen Menschen. Privilegiert, dass sie heute hier sein dürfen und einfach privilegiert, was für ein unglaublich schönes Leben sie haben. machen Sie sich bitte bewusst, dass Sie hier ausnahmslos heute gemeinsam mit mir einen weiteren Tag im Paradies verbringen dürfen. Mir bleibt nur noch übrig zu sagen, ich bedanke mich bei Ihnen heute, da Sie das Kostbarste, was Sie haben, mit mir teilen, nämlich Ihre Lebenszeit. Was immer Sie denken, es gibt nichts Wichtigeres wie Lebenszeit. Und ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir, Yvonne, und bei dir, Dominik, für diesen fantastischen Tag, dass du so viele tolle Menschen hierher gebracht hast, und dass Sie bereit sind, das, was Sie heute hier sehen, einfach herauszutragen in die Welt. Es gab Revolutionen, die haben nur mit einer Person begonnen. Wir sind heute über 300. Wir können das ganz anders bewegen. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.